ja willkommen zum zweiten video und zwar das ist das erste video der soundbeispiele und zwar gehen wir jetzt mal so vor ich habe verschiedene materialien ich werde auch gleich zeigen und wir machen das mal ganz ohne effekte und ich zeige jetzt ich zeige jetzt kurz ich mache immer eine runde mit jedem teil was ich mir raus gesucht habe mit dem ich das berühre ich fange mit den fingern an und ja wie gesagt es geht immer eine runde ich bin zwischen den soundbeispielen still damit man wirklich hören kann und versuch das gequatsche sein zu lassen wir fangen an mit so einem getriebeteil dann kommt eine feder eine abgenuddelte dann habe ich eine einen langen stab aus metall dann so ein quirl aus der küche dann ein magneten zwei unterlegscheiben holz schraube ein stückchen ganz feines sandpapier ich glaube das ist 240er dann hier noch so ein messing stück vom bilderrahmen und eine ein dübel und das wird jetzt hoffentlich funktionieren ich werde jetzt mal noch ganz kurz was besorgen doch nicht okay das reicht vielleicht auch als erstes jetzt werde ich mal die aufnahme übers mikrofon beenden moment hier mal ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.